Dental Family, ihr Spezialist für Zahnmedizin in Jansdorf. Dahinter steht ein Team aus hochqualifizierten Zahnärzten und gut ausgebildeten Fachkräften in den Bereichen Zahntechnik und Kieferchirurgie. Alles aus einer Hand, so lässt sich die Praxisphilosophie von Dental Family wohl am besten beschreiben. Der Patient erhält hier ein umfassendes Leistungsspektrum, angefangen von hochwertigen zahnärztlichen und implantologischen Leistungen bis hin zu dem dazu passenden, nach höchsten Qualitätsstandards angefertigten Zahnersatz. Gesunde und schöne Zähne mit einer professionellen und schmerzarmen Behandlung. Eine Philosophie, die auch im Bereich Wurzelbehandlung eine große Rolle spielt. Meine Aufgabe bei Family Dental ist die Leitung der Abteilung für Zahnerhaltung. Denn die Erhaltung des eigenen Zahnes ist für uns bei Family Dental die wichtigste Aufgabe vor dem Ersatz der Zähne. Wenn ein Zahn ausgedehnt davor geschädigt ist, dann kann man ihn oftmals mit einer Wurzelbehandlung erhalten. Dabei stehen den Patienten von Dental Family die neuesten Behandlungsmethoden zur Verfügung. Es gab in den letzten Jahren sehr viele Neuerungen auf diesem Gebiet, die ich unbedingt erlernen wollte, damit wir unseren Patienten auch diese neuen und sanften Methoden der Wurzelbehandlung anbieten können. Nicht immer sind alle Wurzelkanäle auf den ersten Blick erkennbar. Damit die Wurzelbehandlung aber am Ende schonend, gründlich und sicher gelingt, wird bei Dental Family noch genauer geprüft, ob es noch mehr Wurzelkanäle oder zu reinigende Strukturen in dem Zahn gibt. Was mit bloßem Auge nicht erkennbar ist, machen die modernsten optischen Hilfsmittel sichtbar, so zum Beispiel die Lupenbrille. Wenn man sieht, dass es doch noch feinere Strukturen gibt, die man erkennen möchte, oder auch in der Tiefe des Wurzelkanals Strukturen sind, die man auch mit der Lupenbrille nicht erkennt, dann kann man ein Operationsmikroskop zur Hilfe nehmen, wo die Vergrößerung noch größer ist. Und dann kann man wirklich teilweise bis in den Zahn hinein, bis ins letzte Wurzeldrittel schauen, ob es eventuell noch Nebenkanäle oder Seitenkanäle oder Aufzweigungen gibt, die man dann auch noch gründlich und sauber abfüllen kann, reinigen kann und alles tun kann, damit der Zahn wirklich sicher abgefüllt ist. Zwar dauert eine Wurzelbehandlung, die auf diese Weise durchgeführt wird, länger als eine herkömmliche Wurzelbehandlung. Die Reinigung und Desinfektion des Zahnes ist allerdings auch sehr viel gründlicher. Eine Wurzelbehandlung, die von vornherein nach diesem Behandlungskonzept durchgeführt wird, hilft dabei, den Zahn für lange, lange Zeit kaustabil zu erhalten. Fragen Sie das Praxisteam nach Ihren persönlichen Möglichkeiten und vereinbaren Sie gleich einen Termin. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter family-dental.de Dental Family, Ihr Spezialist für Zahnmedizin in Jansdorf.